so wir stehen hier wieder wir haben gerade die aufnahme gestartet zu never alone wir wollten ja gucken was kommt hier als nächstes im video kannst du denn alles erkennen ja ja nicht so wo waren wir denn genau wir hatten ja das video gesehen jetzt kommt es noch mal das ist laut du hast du reingesteckt das mädchen entdeckte einen riesigen mann mit der mit einer decksel den schnee auflöcherte dann schaufelte er ihnen in die luft jedes mal wenn er dies tat ergriff eine windböe den losen schnee und es entstand ein schneesturm der in richtung des dorfes davon blies aber es ruckelt das schwir ist es kotzt in an macht keinen spaß sie hatte die ursache des schneesturms gefunden okay wir wissen jetzt wo der schneesturm herkommt aber wir wissen noch nicht genau so ich springe darüber was natürlich schon wieder nicht funktioniert hat so wie soll ich bloß darauf kommen rief das mädchen ja es ist furchtbar meine freundin gemeinsam schafft für es sagte war antwortete der fuchs oder wir wollen das gleich jetzt möchte fuchs ja der fuchs oder ich habe schon die steuerung vergessen kommt 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 jetzt haben wir trocken und jetzt so als mädchen da aber es ist nicht so hell auf einmal aha da oben ist noch ein geist das sieht doch nicht oder aber wenn der schneesturm mal ganz toll wenn der schneesturm mal ganz kräftig und lästig schlägt dann wird er nicht da runter dann geht alles nochmal von vorne ja hoffen wir mal nicht so komm hoch kleiner geist das ist doch nicht alles oder ich muss ja schon noch so ein geist aber das kann ja nicht alles sein die kann ich ach doch alles gleich verstehe also auf wenn es der wind kommt ja die frage ist jetzt was jetzt der kommt da durch aha da ist auch ein ok weiter runter kann ich mit dem aber nicht kommen wir den mädchen hier rüber jetzt ist die runter gesprungen die ist guck mal kannst du nicht da ah das wolltest du jetzt nicht haben ich wollte rüber springen ich dachte ich kann da drüben hochtettern ist aber hier oben ich hüpfe jetzt mal hier runter so wunderschön jetzt siehst du sind wir da so die bleibt auch gut hängen du musst jetzt da hoch und da hoch springen aber hier war doch gerade der geist ja genau da ist doch der geist jetzt pass auf jetzt springen wir die mädchen nach da drüben ja hopp so und dann so klappt das gut jetzt musst du da an die leiter hüpfen ja und zwar jetzt so bis dahin falsche richtung der wind jetzt oi 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 komm hoch alles klar jetzt muss man mit dem mädchen nach da drüben springen wenn das nächste mal da mitkommt oi 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 das ist ja ein chaos pur woher ok jetzt und das hochklettern schnell aber jetzt sehe ich nicht mehr ach so nicht am ohrenstöpsel ziehen meinste warte mal jetzt einfach nur da ran oder hier ist bestimmt noch einer die schaukelt aber nicht an dem geist der schaukelt nicht kann ich mit dem vielleicht den geist anschauen ach so der läuft da oben an siehst du halt dich gut fest puppe halt dich gut fest da oben steht noch so nicht jetzt muss ich warten jetzt warte haben wir geschafft hat gespeichert gerade jetzt nach drüben wenn das nächste mal mitkommt warte und hopp oh da oben muss man drüber erst das heißt du musst ganz hoch hier so so und jetzt musst du mit dem vorsteher hochlockern ja na komm mit jetzt muss er da oben ist noch so ein geist oh falsche mist du musst warten bis der schlägt mist ja aber es hätte eigentlich ich stand ja auf dem ich stand ja da drauf ich hätte nur rüberhüpfen brauchen das war jetzt eine verkettung unbünstiger umstände war das wir sind okay wir sind fast oh mein egal wir sind beim körper schon beim körper sind wir schon das reicht der Ton ab er ist ja ganz normal warte ich mache um nicht eine zu große Latenz zu entwickeln mache ich jetzt kurz den kleinen Zwischenstopp so also ist alles gut sind wir noch da klar jetzt müssen wir also darüber hüpfen wenn das nächste mal mit kommt falsche Richtung warte jetzt und immer sonntags die Probleme ach so das hat jetzt nichts mit Sonntag zu tun das ist einfach generell ich glaube das ist ein da ist das Spiel nicht richtig umgesetzt oder das das Tablet kommt in der oh kommt nicht klar mit aufnehmen und spielen gleichzeitig hier ja gut das ist ja auch eigentlich dafür und das Spiel ja nicht dafür gemacht dass man aufnehmen und spielen kann oh man ey hier brauche ich einfach mal andere Technik jetzt nützt alles nichts oder du schmeißt das Gerät aus dem Fenster oder ich schmeiße es aus dem Fenster so jetzt ja ey hör doch mal so jetzt da hoch mit dem Wind jetzt was hat die gemacht was ist denn das Problem jetzt gewesen es macht doch keinen Spaß meine Güte noch einen Versuch vielleicht hat sich der Mensch auch nur verkleidet als Hüchsen oh das fangen wir mal von ganz unten an das ist ja eine ganz ganz tolle Geschichte hier bei dieser ich hab gesagt wenn ein Würbelsturm kommt wir sind kein Würbelsturm ist ja ich wollte doch nur darüber an diesen an diesen Treppenvorsprung springen ja das ist nämlich das Problem das ist mit dem Sturm hier so jetzt und man muss ja irgendwie so ein bisschen raten wann der kommt weil man weil ich hier sonst nicht so jetzt ich gehe das mal in die andere Richtung jetzt pass auf und dann jetzt warte oh ich hab gesagt warte die ist da oben mit dem Kopf ran gesprungen die ist da oben mit dem Kopf ran gesprungen das ist das Problem das hätte nicht passieren dürfen ich hab gesagt springen wenn die Würbelsturm kommt ja hast du gesagt nicht springen wenn keine Würbelsturm kommt ja hast du recht du hast jetzt ist erstmal Tonleister geworden so komm hoch Achtung naja hauptsache gar kein Tonleister geh weg du Bild da oben so dein Fuß dein Fuß hält immer meine Leitung fest so du kommst runter du kommst runter jetzt ruckelst du wieder und dann wirst man nämlich gar nicht Achtung und hüpf das war Glück im Unglück jetzt also Glück generell ich geh mal nicht so hoch ich geh mal nicht so hoch ich geh mal nicht so hoch und jetzt und jawoll so hat sie geklappt und jetzt gehen sie ich halte ja wir brauchen hier also jemanden der runter kommt irgendwie hier gibt es die gleich fällt sie runter da unten, weil der Wind kommt. Ich merke es schon. Das heißt duckeln. Die hält sich doch da nicht fest, oder? Doch, jetzt geht es. Und jetzt spring mal da rüber und nicht in die Stacheln. Also nicht runter springen, sondern da rüber springen, meinst du? Okay. Da sind wir schon oben beim Riesen. Die klettern am Riesen hoch. So, ich würde brechen noch mal ganz kurz, wenn der Aufwand kommt. Jetzt müssen wir da rüber springen, glaube ich. Ist das ein Finger, oder was ist das? Ja, das ist ein Finger. Jetzt ist die gerade weg, ne? Genau, ist mir ganz klar. Jetzt ist sie wieder da. Wie soll das denn gehen? Ach so, vielleicht kann ja der Geist erst mal... Nee, das geht nicht. Vielleicht gibt es ja da irgendwie was. Jetzt wärst du zum Beispiel gerade gegangen, stelle ich fest. Wenn der Wirbelsturm kommt, dann springen wir. Okay. Jetzt nicht, du musst schon ein bisschen mitmachen. Und nicht nur... Ich hatte gehofft, dass der noch reicht, das bisschen Wind. Och Mann. Ernsthaft jetzt? So. Ich dachte jetzt schon, ich bin in die Zeit zurückgefahren. So. Okay. Wann kommt denn da? Jetzt ist er da. Jetzt müssen wir auf den Wind fahren. Hüpft doch mal. Oh. Eieiei, war das knapp. Aber wirklich ganz knapp. Eieiei, wenn soll das nicht abgehen? Ach so. Geht einfach. Gespeichert. Jetzt sind wir oben. Oh. Durchgerutscht. Ach, schön gegen die Stacheln gefahren. Ich wollte ja eigentlich hüpfen, aber offensichtlich ein bisschen spät. Hüpfen. Ich bin gehüpft. Du musst mal aufpassen, dass er uns nicht zerquetscht da oben. Hast du gesehen? Den Fuchshaut zerquetscht. Jetzt nochmal hin, hüpfen. Jetzt aber. Hat's geklappt. Jetzt aber schnell dran vorbei. Das war nicht schnell dran vorbei. Alles klar. Jetzt noch schnell, schnell. So, jetzt warten wir. Oh. 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 Fuchs, komm da weg. So, jetzt aber schnell. Der Fuchs kann es nicht erwischen. Der ist doch ein Geist. Schnell hoch. Und da drauf. Okay. Und jetzt? Jetzt fallen wir gleich runter. Ach, da oben ist alles klar. Wo ist die hin? Oh, Mann. Jetzt bleibt die erstmal da stehen und ich hole erstmal den Geist da oben raus. Die fällt runter da, oder? Kann das sein? Na komm. Wir wissen auch fallen, ob dich das nicht bewegt, dann schieß du sonst wo hin. Das ist wieder runter gefallen. Was soll denn das? Oh. So, ein Schmarrn hier. Komm her, du. Eieiei. Jetzt, schieß doch mal. Okay. Steht da oben? Wie soll denn das gehen? Es fällt sich gleich wieder runter. Warte auf. Komm da. Ja. Mädel, bleib da stehen. Oh, die macht. Die macht total schön. Wenn er jetzt hoch... Ja, jetzt. Hopp. Jawoll. Siehste, geht doch Mädchen. Geht doch Mädchen. Wie soll das denn? nicht funktionieren. Jetzt wird es eng. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Wir wollen jetzt ein Stück runter, das kleine Tierchen. Das habe ich mir schon gedacht. Ich bin nämlich genau im falschen Moment gesprungen. Es war klar. Eieieiei. Die hat es aber nicht schwer. Nicht leicht da den Weg. Ach, Koller. Nochmal von hier unten. Na komm her, Geist. Los, jetzt komm. Warte, bleib da stehen Mädchen. Mädchen. Die macht, was sie will, ne? Die macht überhaupt nicht das, was sie soll. Da. Die bleibt nur da stehen. Ich glaube, wir dürfen den nicht abschießen, sonst gibt es Ärger mit dem. Der Geist kommt runter. Das Mädel fällt gleich runter. Oh. Oh, wieso hält die sich nicht fest? Was ist denn das für ein Spiel? Oh, Alter. Da brauchst du Geduld. Hier musst du Geduld haben. Und zwar vom Allerfeinsten. Richtig hochgradig. Ich muss dir Geduld haben. So. Zielen. Schießen. Jetzt warten. Ich muss sie noch ein Stück runterholen. Das ist alles nicht. Jetzt. Hopp. Ja, gut. Hängt sie dran. So, jetzt hoch. Schnell hoch. Och, das darf nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht hier. Geist, komm. Komm her. Mädchen, Mädchen. So. Jetzt. Schnell runterholen. Geist, komm her. Jetzt warten mit Schwung und dann mit Schwung hoch springen. Was auf. Oh, da häng ich dran. So. Okay. Jetzt. Snappy, snappy. Aufpassen jetzt her. Ja. Oh, der ist wieder erwischt. Da sind die Stöckeln. Wieder runtergeschmissen. So, komm jetzt her da. Die fällt da runter gleich. Mädchen, mach nicht das was du willst. Ich weiß nicht. Du wirst von den Stacheln nachstecken. So, ich warte jetzt, bis das nächste Mal Anlauf holt. Jetzt schießt er mich gleich hoch. Oh wow! Oder auch nicht. Ja, zum Glück hattest du dich dann leider weg. Dann schießt er dann. Noch einen Versuch, hopp! Wir müssen aufpassen, dass das runter geht. Wenn der jetzt runter geht, jetzt schnell springen und laufen. Ah, geht doch! Als sie den riesen Empor kletterten, wurde dem Mädchen klar, was es zu tun hatte. Leute, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, was wir zu tun haben. Ich mache eine Aufnahmepause und dann zum nächsten Mal. Tschüss. Musik 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 Musik